Hallo, mein Name ist Raphael und in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du WordPress mit einem Plugin in wenigen Klicks umziehen kannst. Tja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go! Wir starten im WordPress Backend. Und zwar gehen wir hier auf Plugins und gehen auf Installieren. Und installieren uns das sagenumwobene Duplicator Plugin. Auf der Installation, klicken auf jetzt installieren, die wir gerne umziehen möchten. Das ist sozusagen hier meine alte WordPress Webseite. Ich installiere das Plugin. Wir sehen auch hier eine Million aktive Installationen. Also es ist sehr beliebt, weil früher war es relativ umständlich WordPress umzuziehen. Und wir klicken auf aktivieren. So, jetzt haben wir uns das Plugin aktiviert und installiert. Und wir gehen hier unter Duplicator in der linken Spalte, klicken mal drauf und sehen jetzt hier, hoi, wir haben keine Archive gefunden. Und um eine Kopie dieser Website zu erstellen, klicken wir oben auf Neues erstellen. Ja, da können wir jetzt hier einen Namen für die ZIP-Datei eingeben. Ich belasse es mal hier bei dem Standardnamen und klicke auf Weiter. Jetzt wird meine Website gescannt. Die ist natürlich sehr klein. Und jetzt sehe ich, meine Dateien sind 250 MB und meine Datenbank sind 5 MB. So, ich klicke hier unten auf Ja, fortsetzen. Warnhinweise, ja, Prüfung der Dateigröße kann sein, dass hier und da eure Dateien vielleicht etwas größer sind. Nichtsdestotrotz klicken wir auf Erstellen. So, und nun wird ein Archiv erstellt. Das bedeutet quasi, Duplicator packt hier meine ganze WordPress-Installation in eine Datei, eine ZIP-Datei. Und dazu gibt es noch einen Installer, also eine Installer.php-Datei, ganz mini-klein. Und mit diesen beiden Dateien, die wir uns jetzt hier runterladen können, ich klicke hier einmal auf Archiv und speichere diese Datei auf meinem Computer. Und ich klicke auf Installer und speichere auch diese Datei auf meinen Computer. Und mit diesen beiden Dateien gehe ich nun auf meine neue WordPress-Installation und lade die dort hoch. Ihr habt also eine neue Domain. Dazu gehört natürlich immer ein FTP-Surfer und was ihr noch braucht, ist eine Datenbank. Das habe ich jetzt hier beispielhaft mal bei AllInkel gemacht. Und da habe ich jetzt hier einen Surfer-Namen, einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese drei Sachen benötige ich, um mich mit dem FTP-Surfer zu verbinden. Dafür benutze ich ein FTP-Programm. Ich habe jetzt hier mal CyberDuck für Mac. Es gibt auch FileZilla, beispielsweise für Windows. Und ich klicke hier auf Neue Verbindungen, wähle die SFTP-Verbindung aus und gebe die Zugangsdaten, die ich hier bekommen habe, in CyberDuck ein. Also der FTP-Surfer ist der Surfer-Name. Das Nutzer-Passwort füge ich ebenfalls ein. Und auch das Passwort füge ich ein. So, jetzt kann ich mich mit dem Surfer verbinden und lande direkt auf dem Surfer. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielinstallation genommen und installiere es in ein Unterverzeichnis. Du solltest natürlich immer im Oberverzeichnis bleiben. Jetzt hast du hier die zwei Dateien, die du vorhin heruntergeladen hast. Und die markieren wir uns jetzt und laden die hier auf unseren Surfer in das Hauptverzeichnis hoch. Nach dem erfolgreichen Upload können wir anfangen, WordPress zu installieren. Dafür brauchen wir jedoch noch eine Datenbank. Ich mache das hier wieder beispielhaft bei All Inkel, indem ich mir einfach eine neue Datenbank für diese Installation erstelle. Und zwar, ich zeige dir das jetzt mal hier, klicke hier oben bei unter Datenbanken auf neue Datenbank anlegen. Dann gebe ich für mich eine Beschreibung ein und generiere mir ein Passwort, welches ich natürlich irgendwie aufschreibe. So, nachdem ich das getan habe, klicke ich auf Speichern und habe mir eine neue Datenbank angelegt. Eine Datenbank besteht immer aus einem Datenbanknamen, einem Datenbanknutzer und einem Passwort. Und auch noch einem Datenbanksurfer, der bei uns aber Localhost ist und bei vielen anderen Webspace-Anbietern auch immer Localhost heißt. Wenn er bei dir anders heißt, steht es immer mit im Backend deines Anbieters. Hier sehe ich jetzt also meine Datenbank und diese Werte brauche ich für die Installation. Jetzt wird es spannend. Und zwar rufst du jetzt deine neue Website auf, also die Domain, zum Beispiel seovideokurs.de und schreibst dahinter installer.php, also das rufst du die Installer-Datei auf. Da ich es in ein Unterverzeichnis hochgeladen habe, habe ich hier natürlich noch den Slash und das Unterverzeichnis. Ich klicke auf Enter und ja, da sehen wir schon Schritt 1 von 4, Duplicator. So, ich klicke hier auf Akzeptieren und klicke auf Weiter. Jetzt werden alle Files extrahiert und ich kann hier die Datenbank anlegen. Die haben wir ja schon hier im Login angelegt. Und zwar ist es die Datenbank D035. Und das trage ich hier ein. Unter Database. Bei mir ist Database und Nutzer dasselbe. Und das Passwort haben wir uns natürlich auch vorbildhaft irgendwo aufgeschrieben und fügen das auch ein. Danach kann ich auf Test Database gehen. Im besten Fall kriegen wir hier zweimal grün und können fortfahren. Klicken auf Next. Ja, jetzt fragt er nochmal, ob er das überschreiben soll. Also es sollte immer eine leere Datenbank sein. Und ich klicke auf OK. So, jetzt habe ich hier quasi den Titel, die neue URL und so weiter und klicke wiederum auf Next. So, das war's. Jetzt kann ich hier unter Admin Login, klicke auf Anmelden. Und voila, die neue WordPress Webseite sollte jetzt funktionieren. Ich rufe das Ganze nochmal auf. Bei mir ist das auch Passwort geschützt. So, hier haben wir unsere Beispielseite. Okay, es hat alles super funktioniert. Ein kleiner Sicherheitstipp von mir noch. Wenn du mit Duplicator fertig bist, solltest du es wieder deinstallieren. Es gab in der Vergangenheit, wenn es nicht immer geupdatet wird, so ein paar Sicherheitslücken. Das bedeutet quasi, du installierst Duplicator, ziehst die Website um und deinstallierst danach Duplicator wieder. Es sei denn natürlich, du willst jede Woche ein Backup mit Duplicator ziehen. Das ist natürlich auch möglich. Ein kleiner Tipp noch von mir. Es gibt immer diesen Timeout-Fehler bei Duplicator. Das bedeutet quasi, deine WordPress-Installation ist zu groß. Und er schafft es nicht, innerhalb von einem Zyklus deine ganzen Dateien in eine ZIP-Datei zu packen. Was man da machen kann, ist schwierig. Aber ich werde jetzt kurz zeigen, wie das trotzdem geht. Ich klicke auf Neues erstellen und klicke hier auf Archiv und aktiviere den Dateifilter. Und jetzt kann ich hier unter WP Uploads all meine Bilder deaktivieren. Das bedeutet, die müsste ich dann quasi per Hand vom FTP-Surfer, von meinem alten FTP-Surfer runterladen und auf den neuen per Hand wieder in diesen Uploads-Ordner hinein zimmern. Ich klicke jetzt hier auf Weiter. Da scannt wieder meine Webseite. Klicke auf Fortsetzen und klicke auf Erstellen. Im gleichen Atemzug müsste ich quasi im WP-Content-Ordner den Uploads-Ordner irgendwo auf meine Festplatte ziehen. Um dann später den Uploads-Ordner wieder hochzuladen per Hand. Damit packt quasi Duplicator deine ganzen WordPress-Dateien bis auf die Bilder, die meistens groß sind und damit diesen Timeout-Fehler hervorbringen. Und damit kann ich das umgehen. Wunderschön. Ja, das war schon wieder das Video. Ganz einfach Duplicator. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, Daumen nach oben, Glocke, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal.